die tue 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 stürmt briehpanzer stürmt 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 und da ist er tot das war wohl nicht so gut die sonne blendet also jetzt hier im spiel meine ich hier scheint die sonne auch recht schön im moment wie ist bei euch das wetter wenn ihr das video guckt neues lied auch schön das sind die roten die sind ganz besonders fies für den anfang jetzt haben wir nämlich die breed shotgun mal gucken was uns das bringt auch mal eine andere waffe fachmann was wollt ihr von mir wie soll das bitte gehen nein da gucken wo ich jetzt rauskomme ich hoffe nicht ganz am anfang das wäre nämlich blöd ne ne mach ich nicht noch mal da lade ich jetzt hoffe dass ich überlebe noch habe ich 103 leben aber gleich schade hätte ja klappen können ja ganz easy ich gehe einfach darüber und schießt mit dem mit der bazooki dahin mit dem grino sieht deluxe kind ja und So macht man das Immer schön auf die Köpfe Leute Immer schön auf die Köpfe Scheiße Da sitzt auch noch einer drauf Was soll der Mist denn Nein zurück Ich habe hier keinen Bock mehr Mano Das ist zu schwer Moment Ich glaube ich kann den Schwierigkeitsgrad hier ändern Oder Bitte 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 Nein Okay dann nicht Der Wagen steht da nicht mehr oder Doch der steht da noch Leute ich gehe mir kurz den Wagen holen Bis dann Hallo Ich bin Bis zum nächsten Mal.